. Grüezi miteinander, bonjour a tous, bonjour a tutti, bon dia a tutti. Ich wünsche unserem Fat Cup Team für das Spiel diese Woche gegen Tschechien alles, alles Gute. Mögen sie performen wie die Patrice Weisse und nach den Sternen greifen. Und dann kommt alles Gute und ganz klasse. Ciao zusammen. Ich wünsche unserem Schweizer Fat Cup Team alles, alles Gute im Halbfinale. Gebt Vollgas. Liebes Schweizer Fat Cup Team, ich bin hier gerade im Trainingslager in Gran Canaria und habe gehört, ihr habt jetzt das neue Halbfinale. Ich wünsche euch natürlich alles Gute, gebt Gas und holt euch den Sieg. Ich glaube an euch und werde euch die Daumen drücken. Tschüss zusammen. Hallo zusammen, für das kommende Fat Cup Halbfinale wünsche ich euch nur das Allerbeste. Geniesset jeden Augenblick, kämpft bis zum Umfallen und da noch ein bisschen Viehstaub. Denn das soll euch Flügel verleihen. Viel Glück! Hey, Koukou Di Mea. Hoi zusammen. Fert nur Revelefi. Wir drücken den Daumen. Hoi zusammen, ich drücke euch ganz best die Bäume für das Fat Cup Halbfinale. Und ich werde es auch hier aus den Berien verfolgen und schicke euch mega viel Energie von Südafrika und Orzean. Liebes Fat Cup Team, ich wünsche euch alles, alles Gute für die Halbfinalbegegnung mit der Tschechischen Republik. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Frauenpower und wieder zu Hause sitzen und Daumen drücken. Alles Gute und ihr macht das. Das ist meine 10. und letzte Hürde. Ich wünsche euch bei eurer letzten Hürde vor dem Finale viel Glück. Wir sitzen alle vor dem Fernsehen und drücken den Daumen.